Der Jüß. Gestern hatten wir noch Nachtfrost, aber heute kommt die Sonne schon ganz gut wieder raus, entwickelt Kraft und ich vermute mal, es dauert nicht mehr lange, dann ist hier auf der kleinen Hansawiese wieder richtig was los. Im Sommer wird das Schwimmbad im Jüß auch wieder gut besucht sein. Diverse Geräte finden sich inzwischen auch wieder auf dem Skaterplatz und werden im Sommer von den Kindern eifrig bespielt. Kommt die Sonne raus, dann gibt es in Herzberg ein richtiges Frühlingserwachen. Das Brachland in der Innenstadt soll bebaut werden. Hier entsteht wohl ein Fitnesstempel. Noch grünt und blüht hier aber alles. Für den Montag in der Sonnigen Südharzmetropole nicht schlecht, oder? Um zu erfahren, wie es noch weiter geht, sollten Sie auf keinen Fall versäumen, meinen Channel zu abonnieren. Kommentieren Sie doch bitte das Video und teilen Sie mir mit, wie Sie die Action in unserer sonnigen Südharzmetropole empfinden. Der Jüßsee lädt uns alle herzlich ein. Beim Hügel am Seeschlösschen kann man super gucken, ob wer guckt. Und weil gucken immer ganz besonders lustig ist, schauen wir jetzt noch einen dieser vorgeschlagenen Filme, oder am besten alle. Und vergessen Sie bitte nicht den Channel zu abonnieren, damit man sich mal wieder sieht. Dann können wir das Öffentlichkeit erinnern. Ich kann sich nochmal besser player. Aber bitte ähnelt es nicht immer besser. Dann können wir das Öffentlichkeit erinnern. Vielen Dank.